Miau! Willkommen zurück zu Yomawari Night Alone. So, erstmal im sicheren Zuhause. Safe has been completed. Hier können wir also immer speichern. Das ist gut. Nein, ich hab gerade erst. Dann gucken wir uns mal ein bisschen um. Ich weiß aber nicht so genau, womit ich interagieren kann. Schuhtasche? Nein. Aufs Bett drauf. Geht auch nicht. Na gut. Also, als Kind, wenn man allein zu Hause war, das war auch immer gruselig. Also, ich hab da noch immer alle Lampen im ganzen Haus angemacht. Nein. Weil ich das auch doch sehr unangenehm fand. Oh, ich muss raus, oder was? Joa, sonst tue ich nämlich gerade nix. Ach, schade. Ich dachte, ich bin ja erstmal noch safe. So. Können wir es denn wohl wagen, auf diesen Spielplatz zu gehen? Nein. Pebble. Und noch einer. Okay. Ich weiß noch nicht so genau, wofür die da sind. Ob ich damit tatsächlich was tun kann. Auf jeden Fall sammle ich eine ganze Menge. Puzzle Piece 3 found. Aha, interessant. It's an old slide. It wobbles when I play on it. Okay. Oh, noch einer. Okay. Ich hatte ja vorhin mal die Überlegung, ob ich damit die Geister irgendwie ablenken oder verscheuchen kann, aber das hat ja noch nicht so geklappt. Ich glaube, also... Oh, zack, tot. Das kommt aber auch immer so überraschend, ey. Und jetzt musst du ja wieder ganz raus. Oh, ich hab doch gerade so schön... Also das wird mir auf den Sack gehen, das weiß ich jetzt schon. Aber wenn's mir dann auf den Sack geht, wissen wir alle... ...der Theoretiker ist schuld. Dem können wir dann alle die Schuld geben. Ja, ich weiß noch nicht. Ich hab da jetzt jede Menge Steine eingesammelt. Aber... War das jetzt wirklich so der Bringer? Oh. Was ist damit denn los? Ich ignoriere das einfach. Shuffle found. Oh, war die eben auch da? Aber eben war auch der springende Ball nicht da. Ist das denn alles random generiert? Man weiß es nicht. Ich geh jetzt einfach direkt wieder zurück mit der Schaufel. Weil in unserem Vorgarten können wir auch schon blieben. Gucken wir doch mal. Bone-shaped gun found. Aha. Unhappy letter found. Was find ich denn alles für Sachen und wo sind die denn? Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Viel Dying. Nee. Okay. Unhappy letter, aber er taucht hier erstmal nicht auf. Seltsam? Keine Ahnung. Wird, glaube ich, ein Weichen dauern, bis ich mit dem Spiel warm werde. Klar, da war jetzt noch ein Puzzlestück auf dem Spielplatz. Aber da war halt auch ein Geist. Die Falk. Scheiße, ich gehe erstmal auf das Puzzlestück. Andere habe ich bisher eh noch nicht gefunden. Das Fragezeichen erscheint sehr oft über ihrem Kopf. Und ich habe meistens das Gefühl, dass da eigentlich gar nichts ist, womit wir... ...intergehen können. Ich traue mich halt nicht zu rennen. Falls es jemanden stören sollte, dass ich das nicht tue. Also, weil wenn dann Geister kommen, haben wir keine Power mehr. Ah, okay. Dann nicht. Wieso kommt denn hier immer das Fragezeichen? Oh, was ist das denn? Fisch? Was habe ich denn da jetzt gefunden? Wie will ich das eigentlich aus? Ich weiß es nicht. So schöner Fisch aus dem Müllbeutel, ne? Poro-oh-oh-oh-oh-oh. Nein, das war doch nur ein Geisterhund. Ach. Wie komme ich denn an denen immer vorbei? Da leuchtet auch was auf dem Boden. Boah, da war auch wieder was Gruseliges am Rand. Ich habe es genau gesehen. Die bezahle ich jetzt erstmal. Quick Save. Ah. Oh. Oh. open. Can I get inside somewhere else? I should look around a bit. Ja, klar. Es sind ja nur Geister da. Warum warten wir nicht bis zum Tag? Oder wird es vielleicht nie wieder Tag? Alter, was sind das denn für Dinger? Sind das da auch Geister? Ich geh da nicht hin. Ich bleib auf den Bürgersteig. Da sind lauter tolle Sachen auf der Straße, aber ich trau mich nicht. Jetzt vielleicht quicksaben und dann... Scheiße, you don't have a coin. Oh, move to a different statue. Das heißt... Oh, konnte ich denn eben speichern. Ach, können wir damit fasttraveln über die Map? Das wäre natürlich ziemlich nice. Das wäre ziemlich nice. Und warum wohnt denn in der ganzen Stadt sonst niemand? Selbst schuld, wenn man in so eine japanische Geisterstadt zieht. Oh, was ist da los? Okay, ich laufe nie wieder über die Gullis. Oh mein Gott. Was ist das? Boxrobot found a tent made out of cardboard. It looks like it's gonna fall over. So, I wonder we made it. Weiß nicht. Lieber nicht rausfinden. Aber sonst ist hier wieder nix. Ach komm. Wo finde ich denn die Notes? Kann ich mit C immer einfach nach Hause gehen? Ist natürlich nicht so schlecht. Alter. Ja. Was ist der geheime Weg? Jetzt dann wahrscheinlich... Aber ich hätte gedacht, dass wir nur... von Statue zu Statue können, wenn wir auch... schon mal die Statue benutzt haben. Wir können es jetzt ja mal ausprobieren gehen. Jetzt haben wir wieder eine Coin bekommen. Wo war die jetzt? Jeder Schritt hier... ist halt gefährlich. Ach nee. Ja, das war... das war... das war... das war... ich erinnere mich. Ach. Herz. Ai, 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 ai. Ja, und wie gefällt es euch bis hierher? Schreibt mir das gerne mal. Interessiert mich wirklich. Äh, ich bin auch ein bisschen zwiegespalten. Eigentlich finde ich es ziemlich gut. Aber ich glaube, das ist sowas, da würde ich fast lieber... jemand anderem zugucken. Achso. Als selber zu spielen. Versteht ihr? Ja, seht ihr, jetzt habe ich mir nämlich gedacht, hier bin ich doch gerade, oder? Und ich will doch hier zur Schule. Probieren wir das mal aus. Also vielleicht irgendwann, wenn es mir zu schwer wird, lade ich einfach den Theoretiker ein und der spielt dann und ich gucke zu. Was? Was? Kinder. Aber ich bin froh, dass wir generell fast tramming können. Ich bin froh, dass wir nie so für sie sind. Ich bin froh, dass wir uns alle zurückgüren habenen. Ich bin froh, dass wir uns alle zurückgüren haben. Ich bin froh, dass wir uns alle wieder受reiten haben. Schwarze Katzen bringen doch nur ein Glück, wenn sie von rechts kommen, oder? Ich weiß nicht, was es ist, aber theoretisch bin ich allen, was sich hier bewegt, skeptisch gegenüber. Das habe ich schon mal gelesen. Ja, um die Empfehlung für das Spiel bin ich schon sehr dankbar. Mir sagte das nämlich gar nichts und es ist schon sehr interessant. Ich dachte eigentlich, den Secret Path wären wir jetzt gegangen, aber sind wir eigentlich nicht, oder ist das hier? Don't have coin, ja. Hm, ne, guck mir nix. Ah, wo ist denn der Secret Path? Ich würde ja den Path verstecken, wenn ich ihn dann in erster Linie mal finden würde. Ha. Joa. Jetzt ist der Part gleich vorbei und ich weiß nicht, wo ich jetzt den letzten Save hatte. Das ist natürlich doof. Ja, das wird schwierig als Projekt. Also das sind solche Rahmenbedingungen, die das Spiel fast eher zum Privatspielen besser machen als für Aufnahmen. Ich würde gerne da zu dem Haus. Wo kam denn die Katze jetzt her? Was mache ich gerade? Was passiert hier? Ich laufe einfach nach. Okay, renn, 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 renn. Ja. Du solltest bitte weiterlaufen? Die rennt einfach nur von mir und meinem Hut weg, glaube ich. Die zeigt mir gar nichts. Was passiert hier gerade? Leute, was hat es mit der Katze auf sich? Die Katze verjagt auf jeden Fall keine Geister, das haben wir eben gesehen. Okay. Keine Ahnung. Okay, hier ist der Save Point, das heißt, da machen wir nächste Woche weiter. War ein interessantes erstes Wochenende mit dem Spiel. Bis ich es so verinnerlicht habe, dauert es, glaube ich, noch ein bisschen. Aber die Atmosphäre an sich finde ich nicht schlecht, obwohl es so simpel ist. Ja, also ich bin sehr auf eure Kombis gespannt. Ich hoffe, ihr habt einen entspannten Sonntag. Startet gut in die nächste Woche und wir sehen uns dann wieder bei Yomawari Night Alone. Dankeschön und bis bald.